Hallo, YouTube! Willkommen zurück zu einer neuen Folge It Takes Two. Und wir haben ja gesagt, wir fliegen über das Weltmeer heute. Ich weiß, was wir machen müssen. Weißt du, was wir machen müssen? Nö. Du musst... Wie fliegt man denn? Mit RT. Ah, okay. Wir müssen zu den Zahnrädern und den Wasserfall wieder ausdrehen. Oh Gott, ich bin nicht bis hinbekommen. Ach so, hier, ich bin an so einem Drehding. Wo ist eine andere... Ah, da. Okay, ich bin bei einem. Ich auch. Einer noch, der gelbe. Das macht schon Spaß. Ja, irgendwie. Das ist cool. Okay, jetzt ist man da. Was ist das? Ah, hier kommt wer. Das erinnert mich an Fall, guys. Ja, so ein bisschen von der Farbe her. Ah, okay. Hier ist Aufwind. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, hier rüber, oder? Oh Gott, das ist ja... Alter, ist das cool. Das ist voll hier so das Kinderspielparadies. Ja. Ja. Ich gucke mich hier gerade um und dann... Oh Gott. Oh Gott, du magst es. Au. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ah. Ich mache es easy. Ah, diese Banane. Nein, nein. Nein, das ist... Äh... Nein. Oh, ich habe es gerettet. Oh. Oh, cool. Okay. Ich warte mal hier auf dich. Ich warte mal auf die Idee zu kommen, mit diesem Fidget Spinner, ne? Wie kreativ das halt einfach ist. Also Tina und ich haben auf jeden Fall auch festgestellt, gell? Dass wir auf jeden Fall noch A Way Out spielen wollen jetzt. Auch. Ja. Ist ja auch von Hayes leidt. Und, äh... Ja, wollen wir auf jeden Fall jetzt auch noch spielen. Irgendwann. Hä? Warum? Hä? Hä? Oh Gott, das war ja voll... Was war das? Was? Ich sehe aus wie eine kleine... Wie ein kleiner Schmetterling. Achso, hier ist die ganze Zeitluft. Hä? Okay, warte. Hä? Immer wenn man... Wenn ich jetzt... Fliege ich voll nach oben. Ah, ich dritte schneller. Oh, nein. Oh, hier geht's wieder. Mein Plan ist, wer geht. Du möchtest uns jetzt mehr. Aber es gibt mehr Dinge, die lernen. Und neue Herausforderungen, die zu überkommen. Let's keep on going. We got a relationship to finish. Woohoo! Ah! Oh, nee. Nicht in so ein komisches Ding da rein. Ach, du. Ähm, ich... Muss das so? Ich weiß auch nicht. Bei mir sieht's aber auch so komisch aus. Ja, ich... Ja, das... Ach, du. Kacke. Äh... Wir sind in einem... Okay, hier geht's nicht weiter. Äh... Äh... Ich bin durch... Ah, ich hänge irgendwo dazwischen. verkaufein. Oh! Don't let your brain fool you. Oh! Why does everything have to be a roller coaster? Alter. Ja, gut! Oh, this is incredible! Ähm... Panda! Wo bin ich denn? Ich fliege und fliege. Okay, ich bin da. Ich dachte, wir können dort irgendwie an die Seite... Warte, 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 warte mal. Was ist das da oben? Oh, können wir hier hochlaufen? Warte mal. Hier, guck mal. Stell du dich mal auf den da vorne. Oder stell dich mal auf den, wo ich stehe. Ah, wir müssen Wege bauen. Also wir müssen die hier zusammen... Ah. Boah, das ist trotzdem irgendwie total irritierend. Das ist wie so ein LSD-Trip, glaube ich. Woher weißt du, wie ein LSD-Trip ist? Aus dem Fernsehen. Da wird das auch immer so gespiegelt. Ein Spiegel. Okay, wir sind... Wir sind links. Warte mal, ich muss hier... Ich mach hier oben zu. Okay, wir müssen jetzt da runter, ne? Hier rein. Naja, wenn du im Fernsehen... Kennst du den Film Limit? Dann nimmt er ja auch so Drogen und dann wird das auch immer so alles so bunt und verschwommen und so dargestellt. Was frage ich dich eigentlich, ob du den Film kennst? Ich wollte gerade sagen... Äh, what? Hä? Hä? Ich seh überhaupt... Ich seh nix. Hä? Äh. Gott. Ah. Okay. Äh, wir müssen die Dinger irgendwie drehen. Warte mal. Ah, warte hier. Sagst du, wenn du... Okay, warte, stopp, 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 stopp. Warte, warte, stopp, okay. Okay, warte, ich muss jetzt hier drehen. Warte, da muss ich jetzt hier los. Nee, dann dreht sich das hier zurück. Ja, warte, 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 warte. Geh mal auf den... Geh mal auf die Brücke. Auf welche? Na, wo ich gerade eben stand. Lass mal los und geh auf die Brücke einfach. Nee, ich muss... Na, warte, warte, warte. Achso, warte. Weil das Blau hat doch auch so'n... So. Okay, und jetzt musst du auf... Ich muss jetzt hier irgendwie auf Rosa, glaube ich. Oder? Ich drehe jetzt das Gelbe. Drehe einfach erst mal. Wir gucken mal, wo das... Vor dir? Ah ja, genau, so, oder? So, mal, easy. Und jetzt? Läuft. Drehe mal, warte, warte, bis zum Blauen. Warte, weiter. Stopp. Äh, du hast sie auch hochbekommen. Okay, hat er... Ja, die Treppe... Ich glaub, du musst auch hier hoch, oder? Ja, wenn ich loslasse, geht das doch zurück. Ich bin doch auf dem Gelben. Ah, wir müssen beide, okay. Boah. Was ist das denn? Sollten wir eine Epilepsiewarnung reinschreiben? In die Folge? Alter! Leute, die Grafik, die ist vorm Spiel grad so. Dafür können wir nix. Ey, wirklich. Oh, geschafft. Der Trip ist vorbei. Ja, ich glaub, ich muss mich auch übergeben. Oh, Cody, you have nothing to throw up. Wie? Das ist Clay. Weird, doesn't smell. Oh, look. There she is, the elephant. How on earth do we get her back? Ah, that's easy. We just have to get to the magic castle. Which I built, by the way. You built a magic castle? Yeah. Yeah, you're not the only one in the family who can build cool stuff. Oh, really? Yeah, really. And, uh, that thing right over there, that'll take us straight there. You're sure? Yes, I am sure. Would you just trust me? I'll try. Thank you. Come on. Let's clear the way for the handcart. What is here? Clear the way. Ah. Dass wir da fahren können. Wir müssen das ja hier erst brauchen. Batterien oder so. Irgendwas muss auf die Dinger hier. Ah, versuch mal das Männchen kicken. Muss das hier hin? Oder wo muss das? Weiß ich nicht. Ich hab hier einen Bahnbeamten. Guck mal, hier kommt ein Herzchen. Ja. Ich hab hier einen Bahnbeamten. Der, hier, guck mal. Der muss doch bestimmt da. Ah, guck mal. Wir müssen dort oben, ist einer. Ja, guck mal. Hä? Oh. Was ist das hier oben? Oh nein, ich bin... Oh, fuck. Ich hab's verkackt. Nee, hab ich doch nicht. So, ich hab hier einen Schaffner. Warte mal. Was ist hier? Warte, hier ist auch noch irgendwie... So, wo muss der Schaffner hin? Der muss, glaub ich, ins Häuschen. Ah, ich seh den anderen. Warte. Ja, der ist dort ganz oben. Du musst hier, weißt du, hier so auf den Schornstein springen, dann bist du auf der anderen Seite drüben. Kann dir von hier aus das Schloss angucken. Warte mal. Ich hab hier doch noch einen. Ja, aber guck mal, dort ganz oben ist doch auch noch jemand. Ist eine Babuschkela ganz oben, oder? Warte, ich bring das mit denen hier runter. So. Nee, der Schaffner, der muss doch ins Schaffner-Häuschen. Wo ist denn hier ein Schaffner-Häuschen? Ach, da. Na, hier. Du musst doch die Pfeife feiern. Nee, aber der muss doch... Warte doch mal. Ich glaube, wenn wir den jetzt... Ja, aber hier... Jetzt ich ja, dass der... Ja, okay. Okay. Ypsilon. Achso, wir müssen im Takt drücken. Ich? Du. Hä? Drückst du? Nee, du. Ich drücke, wenn ich oben bin. Und wir müssen einfach beide durchgängig drücken. Ja. Aber wenn wir zugleich drücken, geht's wieder nicht. Ähm. Ach, du Kacke. Boah. Wie cool. Boah. Das ist wie so eine Achterbahn. Mega. Ich will mich hier gern umgucken. Ähm. Okay. Bagger. Aber es ist voll cool. Hätten wir uns vielleicht in dem anderen Raum noch ein bisschen umsehen sollen? Ich befürchte, wir haben da wieder irgendwas verpasst. Ja. Wir waren oben nicht bei Babushka. Hä? Hä? Was? Welcher rote? Äh. Ah. Überfahre mich nicht. Hä? Wo ist denn hier noch ein roter? Auf der Plattform. Oder willst du den hier? Der ist gar nicht so leicht zu steuern. Hier muss was Rotes hin. Oben. Hier oben auf der Plattform ist einer. Da. Da warte, da muss... Kannst du mich aufheben mit deinem großen Bagger und hochsetzen? Komm aber nicht weiter. Kann nur. Okay, nee, warte. Oder ich gehe über deinen Hals. Geht das? Ah. Ah. So, kannst du den Hals lang machen? Also. Dann bin ich, glaube ich, zu hoch. Und nach vorne jetzt? Ich kann den nicht nach vorne. Ich kann nur hoch und runter. Den Hals. Das ist das Problem. Geh nochmal runter. Ah, hier. Warte. Du musst hier den Knochen greifen. Guck mal. Hier oben an der Seite, wo der rote Drache drauf ist, ist doch so ein Knochen. Ich sehe halt, dass es hier ist. Jetzt runter. Ja. Nichts loslassen. Dann. Okay. Jetzt musst du wieder. Auf der anderen Seite ist ein Knochen. Wie soll ich denn? Nee, spring nochmal. Kannst du nochmal springen? Nee. Kannst du vorne nochmal springen? Hier? Ja, aber ich komme ja mit dem Vieh nicht auf die kleinen Schienen. Nee. Nee, noch eins zurück. Warte. Ah, warte. Ich muss aus den Knochen jetzt. Erst wollte ich nehmen. Ich halte ihn fest. Ich halte ihn einfach fest. Bring mal. Okay. Ja. Warte, ich muss erst wieder den Knochen. Nee, warte. Aber du brauchst auf dem Stück daneben ist auch noch ein Knochen. Warte mal. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier... Achso, warte. Halt das fest. Ja. Ja. Jetzt holst du das andere vor. Das sieht so geil aus. Nein, das andere kann ich aber nur hoch. Warte, ich fahr das mal hoch. Dass sich das vielleicht oben nicht dreht. Dreh sich doch. Warte mal, jetzt kannst du mich rüber... Ah, da drüben ist doch noch so ein Springding, siehe. Ah, warte, ich muss nochmal zurück. Spring nochmal. So. Ich muss auf das andere springen, ging sie dahinter und dann... Oh Gott, ey, dieses Spiel. Aber... Äh... Wir müssen nochmal... Ah, warte, geh nochmal drauf, auf die Plattform. Ich muss den jetzt... Äh, warte, warte. Oh. Oh. Ich muss den festhalten, wenn du jetzt springst. Gar nicht so leicht. Äh, lässt du mich erst... Entschuldigung. So, aber warte mal, bevor du jetzt springst. Ich muss den hier, glaube ich, festhalten. Ah, nee, warte mal, ich muss den... Ah, du musst den unten festhalten, hier. Nee, 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 mach nochmal. So. Aber dann sind beide ja weg. Dann sind beide falsch rum. Also du hältst jetzt den vorne fest. Okay. So, und dann hältst du den... Jetzt kannst du hinten den ja wieder nicht festhalten. Nee, aber jetzt spring nochmal, dass die anderen beiden sich rumdrehen. So, und jetzt halte ich den fest, und jetzt springst du nochmal. Dann müssten wir alle drei in die gleiche Richtung haben. So. Oh, okay. 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 Okay, warte, ich muss... Ah, du musst es hochziehen. Ich muss das hochmachen. Okay, warte, ich habe aber Angst, wenn ich jetzt loslasse. Warte, lass mal los. Ja, genau das. Kann ich das unten, oder? Ah, das geht auch zurück. Okay, das heißt, ich muss schnell sein. Ich muss aus das. Du musst rauf. Ich springe, wenn du loslässt, oder... Lass mal los. Okay, warte, warte. Ah, das geht mal schnell runter. Du musst rüber an die Wand, glaube ich, springen irgendwie und versuchen, dich da irgendwie festzuhalten. So, warte. Okay, warte. So, und jetzt? Warte, nee, in die andere... Ja, okay, gut. Oh, was macht das hier? Ah, okay. Ich mach dir eine Wand. Du musst einfach jetzt da versuchen, in der Mitte durchzufallen, glaube ich. Okay. Und ich muss jetzt hier irgendwie... Ah, du, warte, es muss ein bisschen runter. Warte mal, wo muss ich denn dann hin? Vielleicht kannst du dich da vielleicht auch einfach festhalten an der Ecke? Warte, 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 äh, ich war zu weit unten. Warte mal, kannst du ganz weit runter? Also so weit runter, wie es geht? Okay. Okay, ja. Woher fann ich nicht? Wo muss ich denn dann hinspringen? Rüber, über die Dornen. Also ich muss mich echt beeilen. Ich muss versuchen, so hoch wie möglich da dran zu kommen. Und jetzt gleich Doppelsprung. Genau. So. Wow. Oh. 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 Was ist denn jetzt dann? What? What the hell? Sieht ein bisschen aus wie Minecraft. Das sieht voll mega gut aus. Das ist Farbe und alles. Dynamik! Skelette? Wo sind... Wo sind wir hier gelandet? Oh, jetzt sind wir kleine Hamster am Laufrad. Yeah, like that one over there. Äh. Osfalt! Ja, ich glaube auch. Hey. Ah, jetzt musst du, damit wir rüberkommen. Ah, RT ist schießen. Okay, entschuldigung. Wir müssen beide. Wir müssen beide... Jetzt müssen wir die Wichter abschießen. Big Boone, it's coming! Get out of our way! Wir sind echt schüppig. So, wir sind schüppig. Boom, you're out of here! Another cannibal! Move! Oh Gott, die hat... Miene, 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 miene. Können wir das hier nicht abschießen? Egal. Egal. Jetzt ist die Lamie, oder? Oh. Der erste Hit. Aber warum ist das Spiel Schaden? Alter. Ach, ja. Links oder rechts? Okay, das ist links. Wir sehen sogar, wo die Bomben hinfliegen, aber ich krieg's nicht so schnell ausgewichen. Ich würde das Dynamie trotzdem abschießen. Ich steck dran. Das hat letztens mit dem Tablett besser geklappt. Ja. Oh mein Gott, Pinguine. Ich liebe Pinguine. Ich liebe auch Pinguine, aber sind die gut oder böse? Was du? Die sind gut. Man merkt wieder, so sind ich total ... ... total konzentriert. Keiner sagt mir was. Nee. Die Kapitäte der Meri. Ja, ich denke nicht. Das ist der Kraken. Ja. Ähm. Eigentlich sieht er aber süß aus. Ja. Sieht so süß aus. Ah! Arms. Sieht so süß aus? Bitte, lass uns gehen. Ah! 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 Arm, hast du den Arm? Arm? Gar nicht so leicht, wenn wir die immer gegensteuern müssen. Nein! Na klar! Oh Gott, oh Gott, wir enden mit Dynamit, warum? Arm? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! You alright, Mae? Das ist ganz recht neben uns. Weiß nicht. Das schießt, glaube ich, auf meine Dinger ab. Ja, wir haben erst einen Hit. So, ganz schön schaden. So, einen Hit. Das ist ein Hit. Oh Gott! Now I'm starting to build sink soon! Just don't throw us now! Oh shut up, I'll keep shooting! Do you like this ohngel! Check our boat. Aber es macht doch keinen Schaden. Warte mal, ja rechts. Guck mal, perfekt angedockt hier. Wollen wir aber, bevor wir weiterfahren, die Runde beenden. Die Folge für heute beenden. Die ist vielleicht ein kleines Milch kürzer als die letzten, aber wir haben auch immer Überlänge gemacht. Ja, also so wenig kürzer ist die nicht. Also ja, tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Gucken. Tschüss. Tschüss.